Moin Moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Stunde der Wahrheit oder Joggler 66. Unter vielen Namen bekannt wie ein bunter Hund, hoffe ich. Heute ist der 2. März 2018, Freitagabend, Sabbat, fast halb neun. Und ich habe mich hier eingefunden zu einer neuen Lesung des Buches von Theodor Griesinger über die Jesuiten. Was ich jetzt, also die dritte Lesung hiermit anfangen werde, nur bevor ich das mache, eben noch eine andere Sache. Ich hatte vorhin mit einer lieben Schwester aus Deutschland über Skype noch kurz Kontakt, die hat mir eine Sache zugeschickt. Das hat mir dann gleich wieder meine Agenda umgehauen. Es ist ein Papier, das sie mir hier zugeschickt hat, wo ich wohl von ausgehe, dass ich das auch als Video machen werde. Ich werde es vorher aber mal ruhig durchlesen. Ich hatte ja schon öfter gesagt, denke ich jedenfalls, dass ich das gesagt habe, dass ich im Englischen das Buch Did the Catholic Church Give Us the Bible von David W. Daniels von Chick Publications lesen werde, womit eben die King James gerechtfertigt wird, als ob sie mein Video dafür bräuchte. Aber im Deutschen gibt es ja auch unglaublich viele korrupte Bibeln, da habe ich ja öfter mal drauf angesprochen. Und hier gibt es also ein PDF, das heißt, der zuverlässige Text des Neuen Testaments, der Textus Rezeptus und die Veränderung in den modernen Bibeln von Rudolf Ebertshäuser. Also ich muss da erst noch ein bisschen drin lesen und Forschung machen, aber was ich bis jetzt soweit gelesen habe, das gefällt mir sehr gut. Und da geht es eben hauptsächlich darum, dass man sieht, welche Grundlagen die Bibelübersetzungen haben, also welche Textgrundlagen die haben. Und der Textus Rezeptus ist ja eben auch der, wo ihr wisst, dass Martin Luther damals der erste Deutsche war, der den Textus Rezeptus, also diesen empfangenen Text, die bewahrten Papiere aus Antioch, gebraucht hatte, um die deutsche Bibel zu übersetzen, also um die Bibel ins Deutsche zu übersetzen. Es gab ja vorher schon etliche Übersetzungen der Bibel ins Deutsche, aber es gab noch niemals eine auf Basis der erhaltenen Texte, des Textus Rezeptus, des Majority-Text, wie man den so schön nennt im Alten Testament, und des Textus Rezeptus im Neuen Testament. Da war Martin Luther der erste. Und deswegen ist seine Bibel ja auch so wichtig. Jedenfalls das Papier, das hat, ich habe aber gar nicht geguckt, wie viele Seiten hat das? 43, und ihr seht ja, es ist nicht allzu groß gedruckt, also da werde ich wohl wieder ein paar Videos drüber machen. Jedenfalls vielen Dank, Jasmin, dass du mir das geschickt hast. Ich liebe dich, Schwester, wir haben immer schönen Kontakt über Skype. Ganz tolle Frau aus Deutschland, die Hunde lieb hat, wie ich auch. Und ja, eine tolle Christin, mit der man sich manchmal ganz gut unterhalten kann. Und die hat mir halt heute auf dem Sabbatabend das geschickt. So viel eben zur Einleitung. Und jetzt höre ich auf mit dem Geschwafel und werde anfangen mit der Buchlesung von Martin Luther, wollte ich gerade sagen. Nein, nein, von Theodor Griesinger. Wir waren letztes Mal auf, wir hatten letztes Mal aufgehört auf Seite 38 im PDF, 20 im Buch, wie ihr hier seht. Wo es darum ging, dass Ignatius Loyola sich jetzt dem Studium widmete, um Sprachen zu lernen, hauptsächlich Latein, aber eben auch andere Sprachen, neben seinem Spanisch. Und wir nehmen das jetzt nochmal eben hier oben auf. Also ich hatte bereits den ersten Absatz gelesen, aber da wir jetzt ein neues Video haben, gehe ich da nochmal eben rein und lese den ersten Absatz eben nochmal. So, vier Minuten Einleitung, das ist ja noch zu verkraften, ne? Also, Griesinger schreibt hier einmal jedoch, als er es versuchte, die Nonnen eines gewissen Klosters, wo es sehr unzüchtig zuging, in fromme Gottesfrauen umzuschaffen, erhielt er von deren Liebhabern eine solch furchtbare Tracht Prügel, dass er für tot auf dem Platze liegen blieb und nur erst nach einer Kur von verschiedenen Wochen wieder gesundete. Trotzdem setzte er das Predigen sogleich nach seiner Genesung wieder fort, indem er die feste Überzeugung hegte, dass jene Misshandlung nur eine Prüfung gewesen sei, welche ihm Gott auferlegt habe. Immer darüber nachdenken, welcher Gott das denn bitte schön sein soll. Nach zweijährigem Studium der lateinischen Grammatik glaubte Ignatius weit genug zu sein, um nunmehr zum Studium der Philosophie und Theologie überzugehen. Und er siedelte aber sofort, anno 1526, nach der Stadt Al... Oh, Mensch, diese Namen... Also echt, ich kann alles lesen, aber diese Namen von Städten und diese ganzen Sachen, das kriege ich nicht auf die Reihe. Nach der Stadt Alala, Alfalla, also Ul... Wie auch immer. In welcher der Kardinal... Was haben die hier für Namen? Ximines, sag ich mal. Erst kurz zuvor eine hohe Schule gestiftet hatte. Mit diesem Studium aber hielt es noch viel... Aber hielt es noch viel schwerer als mit der lateinischen Sprache. Und da er zu gleicher Zeit Kollegien über Logik, Metaphysik und Theologie hörte, von jedem Fach täglich drei Stunden, so machte ihn dieses Durcheinander so wirr im Kopf, dass er eigentlich gar nichts lernte. Wie sagt die Bibel das so schön, ewig lernen und niemals zur Weisheit kommen. Umso weiter brachte er es im Predigen, Betteln und Belehren, welche drei Funktionen er mit großem Geschick zu verbinden wusste. Und es gelang ihm sogar, drei Studenten dahin zu gewinnen, dass sie gerade so taten wie er. Mit ihnen zog er nun tagtäglich, teils bettelnd, teils predigend, in den Straßen... Und um desto mehr Aufsehen zu machen, kleideten sie sich gleichmäßig in lange graue Friesröcke vom gröbsten Zeuge, welche sie um die Lenden mit einem Strick umgürteten. Auch trugen sie weder Stiefeln noch Schuhe, sondern gingen barfuß. Und auf dem Kopfe saß ihnen ein glockenförmig gestalteter Hut, sodass Gott und die Welt hinstand, wenn sie erschienen. Also mit anderen Worten, dass Gott und die Welt eben bemerkte, wenn sie ankamen. Die hatten solche Hüte, das hatten die Menschen vorher noch nie gesehen. Und von Eric John Phelps gibt es ein paar Bilder, wie er auch solchen Hut trägt. Auf der Conspiracy Con von 2008, glaube ich. Kurz, ganz Ulala wurde auf sie aufmerksam. Man nannte sie allgemein die Enfanaladas, Enzaladas, Enzaladas. Das ist die Männer in den Friesröcken. Und es gab bald alte Jungfern genug, die in Gewissensangelegenheiten ihren Rat in Anspruch nahmen. Was Wunder also, wenn sie, obwohl sie nicht im Geringsten berechtigt waren, irgendeine gottesdienstliche Handlung zu verrichten, anfingen, die Beichtväter zu spielen. Und auch bei Penitence zu predigen, also, ja, Penitence, also mit anderen Worten, das ist ja, Buße zu predigen, welche nichts von ihnen wollten. Auch Penitence 9, das ist also teilweise, Entschuldigung, kann ich das einfach nicht lesen. Ihr seht ja selbst, wie das hier gedruckt ist. Da wurden dann die Geistlichen und Mönche Ulalas eifersüchtig und verklagten den Ignatius mit seinen Genossen bei der heiligen Inquisition. Natürlich wurde letzterer sofort gänzlich gefänglich eingezogen und ganz genau examiniert. Denn die Inquisition, Inquisitoren hielten dafür, er könnte etwa zu jener verrufenden Ketzer-Sekte gehören, welche man Los Alombrados nennt. Das ist die Erleuchteten, also Illuminaten nannte. Das sind die spanischen Illuminaten Los Alombrados. Allein nach kurzem fand der General Vicar von Toledo, der die Untersuchung leitete heraus, dass durchaus nichts Erleuchtetes in Ignatius steckte, sondern dass derselbe vielmehr zwar ein sehr guter katholischer, aber auch ein noch unendlich tief in der Unwissenheit steckender Christ sei, der keineswegs die Fähigkeit besäße, als Gewissensrat zu fungieren. Damit entband er den fälschlich Angeklagten des Verdachts der Ketzerei und entließ ihn nach sechs Tagen aus dem Gefängnis. Dagegen aber verbot er ihm das fernere Predigen bei Strafe der Exkommunikation auf so lange, bis derselbe die Theologie vollständig absolviert habe, und zugleich wurde der Priesterrockgesellschaft strengstens anbefohlen, ihre auffallende an einen Orden, der noch gar nicht existierte, erinnerte Kleidung abzulegen und sich zu benehmen wie andere Studenten. Schlimmeres jedoch sollte erst noch kommen. Das, was ich jetzt gerade eben alles gelesen habe, ist für mich persönlich nichts Neues. Das ist alles in Herrscher des Bösen rangekommen. Ich glaube, Ignatius von Loyola wurde zweimal von der Inquisition mindestens aufgegriffen. Was ich in der Hinsicht merkwürdig finde, weil normalerweise von der Inquisition aufgegriffen wird, dann kommt man da überhaupt nicht mehr raus, sondern wird getötet. So war es zumindest mit den, zwischen Anführungsstrichen, Ketzern, Protestanten der Fall. Ignatius hat da wohl eine bevorzugte Behandlung bekommen, was auch immer. Er ist also mehrmals der Inquisition in die Hände gefallen und eben wegen solchen Umtrieben. Wenn man sich so verhält, wenn man sich da ausgibt für einen Ordensbruder, von einem Orden, der, wie hier steht ja, der noch gar nicht existiert, dann kriegt man da natürlich Probleme mit den Leuten. Wie gesagt, Entschuldigung für die Art und Weise, wie ich das hier vielleicht lese, aber es ist für mich sehr, sehr schwer teilweise, das gut zu lesen. Und hauptsächlich Eigennamen und Städtenamen sind für mich wirklich sehr schwer zu entziffern. Ihr könnt natürlich gerne in die Kommentarsektion reinschreiben, wenn ihr das besser lesen könnt, sagen, die Stadt heißt so und so und so und so schwer ist das doch gar nicht. Aber ja, ich sitze hier und lese das nicht ihr. Und von daher maße ich mir an, zu sagen, ich bin damit überfordert. Ich kann nicht all diese ganzen Eigennamen und die Städte richtig lesen, weil mir die Sprache, die Schrift, besser gesagt, diese Frakturschrift, einigermaßen abgeht, wenn ich den normalen Text lese. Aber wenn es dann zu teilweise Namen oder sowas kommt, wo man die Namen auch nicht mal kennt, das ist ja auch etwas, da sind ja auch neue Namen, die ich hier lehre. Aber wie gesagt, die Stadt da, Ulala oder was weiß ich, die heißt sicherlich nicht so, aber ich wüsste nicht, wie ich sie sonst nennen sollte, aufgrund der Buchstaben. So sieht das für mich so aus. Ulzala. Nennen wir sie mal Ulzala oder wie auch immer. Lesen wir weiter. Durch die hier, durch die zur Buße auffordernden Predigten Ignazii, nämlich waren zwei vornehme Damen Ulzalas, zu dem Entschluss gebracht worden, all ihr Hab und Gut den Armen zu geben, sich wie Bettlerinnen zu kleiden und nichts mehr zu tun, als betend und bettelnd von einem Gnadenort zum anderen herumzuziehen. Diesen Entschluss führten sie auch wirklich aus und verschwanden plötzlich über Nacht heimlich aus Ulzala, ohne dass ihre betrübten Verwandten hätten herausbringen können, wohin sie sich gewendet. Das aber war jedermann fest überzeugt, dass kein anderer als Ignatius der Verführer gewesen sein könne. Somit ward er alsbald bei den Behörden verklagt und diese zogen ihn nicht nur so gleich gefänglich ein, also ins Gefängnis ein, sondern behielten ihn auch so lange im Verbrecherstübchen, bis sie beiden Damen, sie hießen Donna Marcia de Bardo und Donna Lubovica Velazquez, von ihren abenteuerlichen Bettlerinnen Wallfahrts Auszug wohlbehalten und zum Glück auch ziemlich kuriert zurückkamen. Unter solchen Umständen konnte es dem frommen Ignaz natürlich in Ulzala nicht mehr recht behaglich vorkommen und er beschloss also nach Salamanca, einer anderen berühmten Universität Spaniens zu ziehen, um dort seine Studien weiter fortzusetzen. Zu demselben Entschluss brachte er auch seine bisherige Friedbrot-Kompanie Friesbrot-Kompanie und nachdem sie ihrer also ich lese ihrer Biere, kann das jetzt? Nachdem sie ihrer ihrer Viere Ach ja, das ist ein V, ja. Also echt. Oh, okay. Zu demselben Entschluss brachte er auch seine bisherige Friesbrot-Kompanie und nachdem sie ihrer Viere das nötige Geld zusammengebettelt hatten, gingen sie in der Tat im Sommer 1527 dahin ab. Aus dem Studieren übrigens wurde auch hier nicht viel, sondern sie beschäftigten sich vielmehr den ganzen Tag damit, in den Spitälern die Kranken zu verpflegen und zugleich an öffentlichen Plätzen die Leute in feuriger Rede zum Bußetum aufzufordern. Der Aufenthalt in Salamanca wurde also nur dazu benutzt, um eine neue Auflage der in Ulzala verbotenen Szenen aufzuführen und so konnte es nicht anders kommen, als dass sich die Geistlichkeit abermals aufs gröblichste verletzt fühlte. Der Bischof ließ den Ignatius sofort verhaften, behielt ihn 22 Tage lang in sehr harter Klausur. Da wollen wir mal sehen, was sagt denn die Fußnote dazu. Ignatius wurde mit einem seiner Gefährten namens Callisto an einer langen, schweren, eisernen Kette zusammengefesselt und dieser Callisto muss eine sehr eigentümliche Figur gespielt haben, denn er war ein großer, hagerer, mit einem mächtigen Bart ausgestatteter Mönch, der in einem alten, kurzen Wamse Das kann ich nicht lesen Einer noch kürzeren, gerissenen Hose Also wird eine Jacke sein oder sowas Einer noch kürzeren, zerrissenen Hose Einem Paar erbettelter Halbstiefel Einen mächtigen Knotenstock und einem ungeheuren Hute einherstolzierte. Die übrigen Ignatianer trugen den langen Friesrock und gingen barfuß, wie weiter oben beschrieben Also das ist dann der Kamerad, mit dem er eingeschlossen wurde 22 Tage lang in sehr harter Klausur und gab ihn nur gegen das bündigste Versprechen nie mehr ein geistliches Amt verrichten zu wollen, bis er vier Jahre lang hintereinander Theologie studiert habe wieder frei. Dieser Entscheid machte natürlich unserem Ignatius den Aufenthalt in Salamanca ebenso entleidet, wie er in Ulsala und er bedachte sich aber nicht lange, sondern fasste vielmehr ohne weiteres den kühnen Entschluss, nach der damals berühmtesten Universität der Welt, nämlich nach Paris, Paris überzusiedeln. Ja, in das Kollege Legrand geht er. Hier, in dieser Weltstadt, Paris, durfte er hoffen, sein Wesen ungestört treiben zu können, denn hier gab es weder eine Inquisition, noch auch nur eine eine determinierte Geistlichkeit. Hier herrschte wirkliche akademische Freiheit, selbst für die tollsten geistigen Produkte und Franz I., einer der freisinnigsten Monarchen, die es je gab, wusste diese Freiheit zu schützen. Er teilte also seinen Plan den bisherigen Genossen mit, sie auffordernd, seine Begleiter zu werden, allein da dieselben des ewigen Eingesperrtwerdens müde geworden waren und sich wohl auch vor der langen, beschwerlichen Reise ins Ausland fürchteten. So weigerten sie sich dessen und verfluchten es, auch ihn in Salamanca zurückzubehalten. Dazu war er aber nicht zu bewegen, sondern er machte sich vielmehr mitten im Winter zu Fuß und einem Esel, den er seine Bücher, Manuskripte und sonstigen Habseligkeiten aufgeladen hatte, vor sich hintreibend auf den Weg und kam richtig in den ersten Tagen des Februar 1528 wohlbehalten in der Hauptstadt Frankreichs an. Don Inigo erzählte jetzt 37 Jahre. Allein wie ihn nun die Professoren, bei denen er sich zu melden hatte, prüften, fanden sie sogleich, dass er es in den Wissenschaften noch nicht über die ersten Anfangsgründe hinübergebracht habe. Und somit wurde ihm bedeutet, dass er vor allem die lateinische Sprache studieren müsse. Er besuchte also das Collegium Montagu und saß da 18 Monate lang mitten unter den kleinen Schulbuben, die den alten Knaben oft bitter verspotteten. Das Lernen ging ihm jedoch immer noch ebenso schwer ein wie zu Barcelona, Ulzala und Salamanca und über dem musste er in einem großen Teil seiner Zeit aufs Betteln verwenden, da die Franzosen sich gegen ihn als einen Ausländer nicht sehr freigebig zeigten. Dessen ungeachtet ging er nach Ablauf seines anderthalbjährigen Kursus im Collegium Montagu zum Studium der Philosophie im Collegium Saint-Barb zur heiligen Barbara über und brachte es da so weit, dass er im Jahr 1532 das Baccalaureat formte, also das Baccalaureat holte, das ist so wie heute Masters übersetzt, abermals ein Jahr später die Magisterwürde erhielt. Die erste Stufe der Gelehrsamkeit war also nunmehr errungen und selbstverständlich hätte jetzt auch noch die heilige Theologie absolviert werden sollen. Allein so weit reichte die Geduld Ignatie doch nicht aus, sondern es blieb vielmehr bei einigen wenigen Collegien, die er bei den Jakobinern hörte. Auch hier gehen wir noch mal kurz in eine Fußnote rein. Die meisten Jesuiten-freundlichen Biografen des Ignaz von Loyola behaupten zwar, derselbe habe in Paris auch den Grad eines Doktors der Theologie errungen. Allein die genaueste Durchsicht der Universitätsregister von 1520 bis 1537 hat das Gegenteil erwiesen. Also hat sich hier wohl der Autor Theodor Griesinger die Mühe gemacht, da seine Nachforschungen anzustellen und hat sich die Einschreibungsregister der Universität von Paris zeigen lassen, wo Ignatius studiert hatte und da ist halt nicht vermeldet, dass er ein Doktor wurde. Das Studium und die Wissenschaft waren nämlich, wie wir wissen, nie der Zweck Loyolas, sondern sie sollten ihm nur zum Mittel dienen, der Zweck heiligt die Mittel, seinen Zweck zu erreichen. Sie sollten ihm nur zum Mittel dienen, seinen Zweck zu erreichen, der Zweck heiligt die Mittel. Er wollte nie glänzen durch seine Kenntnisse, sondern er wollte nur so viel lernen, dass man ihn in seinen Belehrungsgeschäften nicht mehr hindern durfte. Das Belehrungsgeschäft war und blieb sein Ziel und zwar sowohl die Belehrung der Heiden zum Christentum als die der getauften Christen zu büßenden, sich selbst kasteienden, alle Weltlichkeit verachtenden Ebenbilder seiner selbst. Auch verlor er dieses Ziel nie aus den Augen, weder in Montaigu noch in Saint Barb, also Heilige Barbara und in letzterer Anstalt ging er in seinem Belehrungseifer sogar so weit, dass er einen Teil seiner Studiengenossen überredete, sonntags stand nach dem Gottesdienst den vorgeschriebenen Disputationen beizuwohnen, lieber mit ihm Exercitia Spiritualia zu treiben, also geistige Übungen, das heißt mit ihm zu beten, zu fasten und sich zu geißeln. Auch hier nochmal eine Fußnote. Diese geistigen Übungen Exercitia Spiritualia sind in seinem schon weiter oben erwähnten Buche, das den Titel Liber Exercitiorium Spiritualium, das Buch von den geistigen Übungen führte, des Näheren beschrieben und Ignatius legte ein Hauptgewicht darauf, dass man diese Übungen gründlich studierte, weil diese Übungen so wichtig sind, aus dem einfachen Grunde, sie sind so wichtig für das Gehirnwaschen, um den Zustand zu erreichen, den man in Lateinisch nennt Perende Ac Cadaver, Cadaver Gehorsam. Das kann ich nur durch diese geistigen Übungen erreichen. Damit wird mein Gehirn weichgespült, wird so weichgespült, dass ich nur noch ein Instrument, also der Stock in der Hand des alten Mannes bin, wie das bei den Jesuiten so heißt, oder die Axt in der Hand des Holzfällers, der mit mir verfährt, ich die Axt seinde und er der Holzfäller, der mit mir verfährt, wie er will. Das ist mein Vorgesetzter in der Gesellschaft Jesu. Und so ist das. So wird das erreicht mit diesen spirituellen Übungen. Das ist reine Gehirnwäsche. Und deswegen, dass er da natürlich solchen Nachdruck drauf legte. Das hat er mehr oder weniger erfunden, sage ich jetzt mal. Hat er natürlich nicht, aber er hat das angewendet und er findet das für seine Kameraden auch sehr wichtig, dass sie diese Übungen machen, weil damit stellen sie sich unter seinen Joch, unter seine Hute. Gut, wir fahren fort. Dafür wäre er jedoch um ein kleines öffentlich vor allen Schülern ausgepeitscht worden. Und nur der Umstand, dass er bereits seine 40 Jahre zählte, rettete ihn von der Schande. Natürlich übrigens begnügte er sich nicht damit, das Belehrungsgeschäft für sich allein zu treiben, sondern er suchte wie früher zu Ulzala und Salamanca Gehöfen anzuwerben, mit denen er zusammen und in Gemeinschaft wirken, mit denen er seine Studien und seine Andacht, seine Leiden und seine Freuden teilen könnte. In der Auswahl dieser feiner Genossen aber erwies er sich diesmal viel wählerischer, und zwar aus einem Grunde, dem man von nun an einen großen, ja fast einen allmächtigen Einfluss auf seine ganze Tätigkeit gewann. Um jene Zeit war ein ganz neuer Geist über die Menschheit gekommen. Ein Geist, der das Papsttum in seinen Grundfesten erschütterte und den ganzen bisherigen katholischen Glauben über den Haufen zu werfen drohte. Luther, Zwingli und andere Reformatoren erhoben ihre gewaltigen Stimmen und luden, wie sich ein katholischer Schriftsteller ausdrückt, luden, Völker und Fürsten zur großen Jagd auf die römische Kirche ein. Fast ganz Deutschland folgte dem Ruf und dasselbe taten nebst England und der Schweiz die skandinavischen Länder. Selbst Italien lauschte der verführerischen Stimme und in Frankreich jauchzten ihr ohnehin tausende und abertausende Beifall. Kurz, ein großer, sogar ein sehr großer Teil der bisherigen katholischen Welt drohte der Reformation anheim zu fallen und der Sturz Roms schien ein unvermeidlicher zu sein. Von allen diesen nun hatte Ignatius solange er in Spanien weilte nichts erfahren. Denn wenn auch gleich der neue Geist vor den Pyrenäen nicht stille stand, so wehte er noch bloß unter den höheren Regionen und das eigentliche Volk unter dem Loyola lebte wurde von ihm nicht angesteckt. Über dies sorgte die Inquisition schon dafür, dass er bald ausgetrieben wurde. Und es konnte also die Reformation unter dem Zepter des altchristlichen Königs nie festen Fuß fassen. Wie ganz anders aber verhielt es sich in dem nun nur allzu sehr angesteckten Frankreich und besonders in Paris wo sogar verschiedene angesehene Universitätsprofessoren das Unterfangen Luthers begünstigten. Da mussten natürlich dem durch und durch echt römisch-katholischen Ignatius die Augen aufgehen. Und ein Schrecken ohne gleichen erfasste ihn, ob der grässlichen Versehrtheit, die sich der Menschheit Bemächtigte. Also Verkehrtheit, damit ist die Reformation gemeint. Damit ist das Wort Gottes in der eigenen Sprache gemeint. Mit dem Schrecken und Abscheu durfte er sich jedoch natürlich nicht begnügen, sondern er, der Ritter Maria und ihres Sohnes Jesus Christus musste auf alle Weise für sie kämpfen. Und der aus Deutschland herüberkommende Pest einen Damm entgegenzusetzen versuchen. Er kam also auf den Gedanken, alle Ketzer, die heimlichen wie die offenen, bei den Behörden anzugeben und machte den Spion in allen Kreisen und Gesellschaften, in welche er kam. Allein so viel Mühe er sich auch gab und so erfolgreich sich seine Spioniererei erwies, so war doch die Wirkung eine verhältnismäßig nur geringe und er sah ein, dass er viel großartigere Mittel angewendet werden müssten. Also das ein sehr wichtiger Teil auf dieser Seite 43. Ich hoffe, dass ich das jetzt nicht so verschlachtet habe, dass ihr das gut lesen könnt, dass ich das nicht so geschlachtet habe, wie so ein... die Reformation, die in Europa Fuß gefasst hat, die auch auf Frankreich rübergeweht war, sicher auf Paris rübergeweht war zu der Zeit. Paris war eine offene Stadt, eine kulturelle Stadt, wie sie das heute auch ist, für viele Dinge offen und damals war eben die Reformation, die da angenommen wurde. Und das kann natürlich einem erzkatholischen Angehörigen der katholischen Kirche, wie Ignatius von Loyola, nur sauer aufschlossen. Und hier haben wir jetzt im Grunde genau das gelesen, was in der ersten Lesung, erinnert ihr euch sicher noch, in dem Gedicht vorkam, wo der Teufel ja gesagt hat, dass die Arge sich wagt, an die geistliche Gewalt muss er auch noch mein Eigenreich und Dominium sich erkühnen zu stürzen um und um. Bei meiner Großmutter ist im Stand und erhobert die Hölle, wenn ich ihm nicht eine größere Macht entgegenstelle. Und genau diese Macht lernen wir jetzt gerade kennen. Diese Macht ist Ignatius von Loyola, die hier mit seiner Ausbildung angefangen hat und in Paris mehr oder weniger zum Abschluss kommt, weil er ist jetzt inzwischen auch schon 40 Jahre und so ist das hier das Stück, was wir jetzt gerade lesen, finde ich in Bezug auf dieses Gedicht eigentlich vortrefflich. Mal eben ein anderes Bild reinmachen, dass wir nicht immer nur das Bild sehen. Habe ich hier noch Achso, von Ignatius Loyola, das wollte ich eigentlich gar nicht haben. Ich hatte mir vorhin Bilder rausgesucht, aber dieses hier wollte ich haben. das Umschlagbild des Buches. Also, wie gesagt, für mich ein sehr wichtiger Teil in der Seite, die wir hier jetzt gerade eben gelesen haben, wie wir sehen, wie der Wind der Reformation durch ganz Europa weht, auch Spanien, obwohl großen Teils halt nicht echt über die Pyrenäen rüberkommt, vielleicht die höheren Regionen erreicht, also die höheren, die Regierungsformen, ja, dass die Leute da was von mitbekommen, aber das normale Volk auf der Straße hat da noch nicht viel von mitbekommen, in Spanien, und darf nicht vergessen, Spanien ist das katholischste Land, das wir auf dieser Welt kennen, war immer so und ist auch heute immer noch so, ja, von daher, dass ich diesen Teil auf dieser Seite hier sehr, sehr wichtig fand, auf Seite 43. Aber es geht weiter. Doch, so sagt er sich nun, welche, also es geht hier um die Mittel, ich lese nochmal eben den letzten Satz, er, also Ignatius von Leola, kam also auf den Gedanken, alle, äh, alle Ketzer, die heimlichen wie die offenen, es gibt ja immer Leute, die offen die Bibel bekundigen, es gibt Leute, die tun das heimlich, also alle Ketzer, die heimlichen wie die offenen beiden Behörden anzugeben, und machte den Spionen allen Kreisen und Gesellschaften, was ist denn die Gesellschaft Jesu, die sind doch nachher nur noch Spione, erinnert euch mal an den Eid der Jesuiten, an den Schwur der Jesuiten, das ist eine einzige Spionageorganisation, wenn man sich den Eid durchliest, versteht man das ja sehr gut, er kam also auf den Gedanken, alle Ketzer, die heimlichen wie die offenen bei den Behörden anzugeben und machte den Spionen allen Kreisen der Gesellschaft, in welche er kam, allein, so viel Mühe er sich auch gab und so erfolgreich sich seine Spionerei erwies, so war noch die Wirkung eine verhältnismäßig nur geringe und er sah ein, dass hier viel großartigere Mittel angewendet werden müssten, ja und das sind genau die Mittel, die ihm dann eben der Teufel zur Verfügung stellt, doch so fragt er sich nun, welche Mittel, so viel war sicher, dass unzählige Heer der Benediktiner, Dominikaner, Franziskaner, Minoriten und wie sie sonst alle hießen, also alle existierenden päpstlichen Mönchorden, durch welche Rom bis jetzt die Herzen der Menschheit beherrschte, hatte seinen Einfluss bei den Nationen verloren und ihre Bettelsäcke hingen alle leer, die übrige Geistlichkeit aber wurde wegen ihrer Unwissenheit, Liederlichkeit und Unverschämtheit womöglich noch tiefer verachtet, als die barfußgehenden Kuttenträger und der Glaube an sie konnte unmöglich mehr aus dem Grabe erweckt werden. Es mussten also neue Rüstzeuge entstehen, wenn geholfen werden sollte Rüstzeuge ganz anderer Art, ganz anderen Ansehens, ganz anderen Geistes, ganz anderer Kraft als die bisherigen Seelenberater und er selbst wollte diese Rüstzeuge stellen, er selbst als ihr Obergeneral fungieren und hier ist der Gedanke der Jesuiten geboren. Ganz klar wurde ihm der Gedanke, wie man natürlich finden wird, am Anfang nicht, also nochmal, ganz klar wurde ihm der Gedanke, wie man natürlich finden wird, am Anfang nicht, aber er bildete denselben mehr und mehr aus, je mehr er über die um sich greifende Ketzerei nachsann und bald stand so viel in ihm fest, dass nicht bloß die Belehrung der Heiden sowie die Pönitzer Weckung unter den Christen selbst sein und zu seiner zu erwählenden Genossen Lebenszweck sein müsse, sondern dass damit auch die Bekämpfung des Ketzertums notwendig zu verbinden sei. Er dachte sich Jesum Christum, man lese nur das Buch von den geistigen Übungen, so wird man sich dessen bald klar werden und über dies bezeugt es auch der Pater Juventzu, der den Ignatius genau kannte ausdrücklich als den Generalissimus des Himmels, welcher mit den Engeln und Heiligen gegen den Teufel zu Felde zieht und schließlich das Reich der Hölle niederdonnert und so wollte er dann nach diesem Vorbild auf Erden ein Heer von geistlichen Rittern bilden, dass die Teufel dieser Welt die Ketzer siegreich zu bekämpfen hätte und dessen feierliches Oberhaupt Jesus Christus im Himmel oben sein sollte. Wenn aber dies sein Zweck war, durfte er sich wie früher in Ulzala und Salamanca die nächsten Besten, die zu ihm folgen bereit waren, zu Genossen wählen. Damals genügten solche, die sich bereit erklärten, als scharfe Christi mit ihm den Leib zu kasteien und die übrige Welt zum gleichen Leben einzuladen. Jetzt handelte handelte jetzt handelte es sich um Streiter Christi und zwar um solche Streiter, welche Streit und Kraft genug hätten, um damit den über und über geharnischten Reformatoren nebst ihren Gehöfen und Anhängern entgegen zu treten. Er hatte also alle Ursache in seiner Auslese von Genossen wählerisch zu sein und er war wählerisch, er war sogar sehr wählerisch. Nun, was wir jetzt gerade eben gelesen haben, finde ich unglaublich interessant und man sieht hier ganz deutlich, wie nur zwei Geister im Grunde die Menschen steuern. Entweder der Geist des Teufels oder aber der Geist des Gottes, den wir im Allgemeinen als den Heiligen Geist kennen. Wenn Ignatius von Loyola hier gegen die Ketzer vorgeht und er war christlich noch nicht sehr gebildet. Das steht hier überall in dem Buch drin. Er hat also vom Christentum noch nicht so viel Brot gegessen. Er war so dermaßen katholisch, dass ihm ein Ding anscheinend deutlich war und das war, dass der Papst und dem seine Gesetze deutlich über den Gesetzen der Bibel stehen. Die Bibel war für ihn nicht die höchste Autorität, weil sonst hätte Ignatius Loyola sich verhalten wie Martin Luther und wie die anderen Reformatoren. Aber Ignatius von Loyola hat sich genau anders verhalten. Nehmen wir mal eben sein Bild hier mit rein. Oh, das habe ich dicht gemacht. Hier, Ignatius von Loyola. Ich denke, es ist furchtbar wichtig, dass wir hier verstehen, dass jemand, der sein ganzes Leben so katholisch aufgewachsen ist, also ich meine, das ist Luther ja auch, aber Luther hat den richtigen Gott gefunden und Ignatius hat den verkehrten Gott gefunden. Wenn er sich hier, wo er mit der Reformation konfrontiert wird, sagt, ich muss diese Reformation vernichten, dann ist das ja auch ein Zeichen, dass er sich niemals richtig damit beschäftigt hat, zu diesem Augenblick jedenfalls nicht, womit die Reformation überhaupt beschäftigt war. Er kann nur von einem anderen Geist geleitet worden sein, der ihn dazu veranlasst hat, gegen die zwischen Anführungszeichen Ketzer dann wirklich vorzugehen. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, den müssen wir verstehen. Ignatius von Loyola wird von einem teuflischen Geist hier geleitet, der gegen alles eingeht, was in der Bibel überhaupt geschrieben steht. Ich meine, ich weiß noch nicht mal, ich bezweifle es sogar, dass Ignatius Loyola in der Zeit die Bibel gelesen hat. In Herrscher des Bösen, in dem Buch Hullers of Evil, in Englisch lesen wir ja, dass er in der Zeit seiner Genesung, als er auf dem Schloss seiner Eltern wieder war und genesen war von dieser Kanonenkugel und dem Bein, das zerschmettert wurde, dass er da zwei Bücher gelesen hat und nicht die Bibel, die schon seit 1400 und ich glaube 80 oder so im Besitz der Familie war und auf der Burg, also auf dem Schloss zur Verfügung stand. Er hat die Bibel nicht gelesen. In Spanisch sogar, eine spanische Bibel hat er nicht gelesen. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Martin Luther hat damals, während er war auch katholisch erzogen, aber er war als Kapuzinermönch oder Augustinermönch, Entschuldigung, als Augustinermönch doch mit der Bibel bekannt gemacht worden und hat die Bibel gelesen und hat darin Dinge erkannt. Er hat natürlich nicht alles gelesen, wie gesagt, er ist ja von Dobinje, in dem sein Werk wird das ja beschrieben, wie Martin Luther zur Bibel gefunden. Das kann man in Dobinjes Werk nachlesen, das kann man auch in Romanism and the Reformation von Henry Gertgen Guinness nachlesen. Ich glaube, auf Seite 216 oder so was steht das, weiß ich nicht mehr ganz genau. Eine sehr, sehr schöne Geschichte, wie Martin Luther zur Bibel gefunden hat. Martin Luther hat eben zur Bibel gefunden und Ignatius Loyola hat zum Teufel gefunden. Und aus dem, was ich jetzt gerade eben vorgelesen habe, finde ich, geht das sehr, sehr gut hervor. Lesen wir es nochmal. Es steht hier, erbrachte sich Jesum Christum als den Generalismus des Himmels, welcher mit den Engeln der Heiligen gegen den Teufel zu Felde zieht und schließlich das Reich der Hölle niederdonnert und so wollte er denn nach diesem Vorbild auf Erden ein Heer von geistlichen Rittern bilden. Also mit anderen Worten, er will Jesus Christus auf Erden sein, dass die Teufel dieser Welt, die Ketzer, da ist doch der Punkt, ich kann das jetzt leider nicht highlighten, ihr seht das hier, dass die Teufel dieser Welt, die Ketzer, aus Loyolas zwischen Anführungsstrichen christlichen Verständnis sind die Teufel dieser Welt Ketzer und zwar Ketzer im Verständnis des römischen Katholizismus und im römischen Katholizismus ist definiert, dass ein Ketzer ist, wer sich nicht der Autorität des Papstes unterschickt, wer sich nicht an die Regeln und Gesetze des römisch-kanonischen Rechtes hält, der ist ein Ketzer und wer die Doktrinen des römischen Katholizismus nicht befolgt, der ist ein Ketzer wogegen die Bibel sagt, ein Ketzer ist derjenige, der das Wort Gottes nicht akzeptiert und die Bibel spricht auch nicht von der Verfolgung von Ketzern und dem Töten von Ketzern aber die römisch-katholische Kirche und römisch-kanonisch das Recht spricht davon also wie hier nun lesen so wolle er denn nach diesem Vorbild also das Vorbild das im Grunde Christus im Kampf gegen Satan gibt nach diesem Vorbild wollte er auf erden also ein erdliches ein erdliches ein weltliches Königreich anstatt wie Christus eben ein himmlisches Königreich haben wollte er hier auf erden auf dieser Welt die Ketzer siegreich zu bekämpfen und dessen kaiserliches Oberhaupt Jesus Christus im Himmel oben sein sollte wenn aber dies sein zweck war durfte er sich wie früher in Ulzala und Salamanca die nächsten besten die ihm zu folgen bereit waren zu genossen wählen nein das ging nicht also muss er sich viel mehr darum bekümmern dass er sich Leute auswählt die zu ihm gehören nicht wie früher die ich sag jetzt mal so Mitläufer waren sondern er musste sehr sehr wählerisch sein wie dann auch hier steht er hatte also alle Ursache in seiner Auslese von Genossen wählerisch zu sein und er war wählerisch sagt Griesinger hier sogar sehr wählerisch der erste den er für seine Idee einer geistlichen Ritterlichkeit zur Bekehrung der Menschheit und Bekämpfung des Ketzertums gewann war Pierre Lafèvre aber eigentlich hieß dieser Peter Faber ein deutscher übrigens gebürtig aus einem kanonischen Orte in der Nähe von Genf ein gelehrter scharfsinniger Kopf zugleich aber auch ein Jüngling voll glühender Einbildungskraft der sich gar leicht von einer großartigen Idee begeistern ließ weit schwerer hielt es mit Franz Xavier aus dem spanischen Navarra denn derselbe gehörte nicht nur einer edlen und mächtigen Familie an wie Ignatius Loyola ursprünglich auch sondern war auch damals bereits Professor am Collegium zu Beauvain und hatte über die Zukunft Anspruch auf die höchsten geistlichen Würden also sicherlich Bischofs wenn nicht sogar Kardinals Würden eben deshalb belachte er anfangs alles was ihm Loyola von der geistlichen Ritterschaft vorschwärm und erklärte und erklärte ihm rund weg dass er nichts von derlei Schwärmerei halte dagegen besaß der Mann zwei schwache Seiten nämlich einen unbegrenzten Ehrgeiz den hat Loyola auch sowie einen Hang zu einem lockeren Lebenswandel und an diesen beiden Seiten wusste ihn Ignatz von Loyola zu packen wenn du die Schwächen deiner Gegner kennst dann kannst du sie besiegen mit anderen Worten er stellte dem verschwenderischen Professor seinen Geldbeutel welcher damals durch die Mildtätigkeit hoher Gönner ziemlich gefüllt war zur steten Verfügung und malte ihm zugleich eine solch glänzende Zukunft vor dass derselbe unmöglich länger widerstehen konnte sondern sich ihm vielmehr auf Leben und Tod ergab also auf Gedeih und Verderb wie wir heute sagen einige Biografien lesen wir in der Fußnote und zwar sehr Jesuiten freundliche ja da gibt es ja mehr als genug von weil in dieser Welt werden die Jesuiten ja immer als die positive dargestellt und nicht als die negative Kraft die sie sind also einige Biografien erzählen die Sache etwas anders wenn das Jesuiten freundliche sind ist das so der Griesinger war nicht besonders Jesuiten freundlich dafür spricht er viel zu offen die Wahrheit und nach ihnen wäre die Belehrung Xaviers einer Partie Billard zu verdanken als als sich nämlich eines Tages Ignaz bei Xavier befand schlug ihm letzterer vor eine Partie Billard mit ihm zu spielen Loyola lehnte dies anfangs ab wie aber sein Freund noch weiter in ihn rang nahm er den Vorschlag unter unter der Bedingung an dass derjenige welcher verlieren würde alles das einen ganzen Monat lang tun müsse was ihm der andere vorschreibe Xavier ging darauf ein da er ein guter Spieler war er verlor aber doch und nun machte Loyola während der nächsten vier Wochen einen solch aufregenden Kursus in den geistlichen Übungen er er jast unter anderem sechs Tage mit ihm um er hastete unter anderem sechs Tage mit ihm er fast ach schuldige er fastete ja das ist ja hier abgeschnitten der Buchstabe kann ich nicht lesen also er verlor aber doch und dann während der nächsten vier Wochen gab es einen solchen aufregenden Kursus in geistlichen Übungen er fastete unter anderem sechs Tage mit ihm und brachte ihn dadurch bis zu Visionen mit ihm durch dass der früher so stolze Mann von nun an ein gefügiges Rohr in den Händen des Ignatius wurde ein gefügiges Rohr also genau wie der Spazierstock in den Händen des alten Mannes genau wie die Axt in der Hand des Holzfällers er war perende akkadaver er hat total resigniert kapituliert Xavier hat geistig kapituliert mit diesen geistigen Übungen zu denen er sich vier Wochen lang verpflichtete unter anderem durch das Fasten und alles andere was Ignatius mit ihm machte dass er selber Visionen bekam und diese Visionen solchen Einfluss auf ihn genommen haben dass Xavier der Folger von Ignatius von Loyola wurde der er dann letztendlich wurde ob das jetzt mit einer Partie Billard passiert war oder sonst wie das ist natürlich auch schätze ich mal hier und da ein bisschen Legende wie man solche Sachen erzählt aber auf jeden Fall hat er einen widerspenstigen das war Xavier hat man ja deutlich gemerkt er hat ihn ja lächerlich gemacht er hat einen widerspenstigen dazu gebracht er hat ihn mental so gebrochen dass er sich ihm verschrieben hat und er hat mit anderen Worten an Franzis Xavier ein Beispiel ein Exempel statuiert sagt man glaube ich doch auch ein Exempel statuiert mit dem was man später durch die geistigen Übungen in der Ausbildung zum Jesuiten macht es gibt vier verschiedene Stufen in einer 20 jährigen Ausbildung zum Jesuiten die Novizen das ist die unterste Stufe dann kommt man zum Co-Adjutator dann kommt man zum Scholastiker und schließlich zum Professor oder zu dem Profess wie es im Englischen heißt wie es im deutschen heißt weiß ich jetzt nicht diese vier Stufen das ist 20 Jahre lang durch geistige Übungen Gehirn waschen das hat das hat er hier mit dem Franz Xavi wunderbar gemacht hat ihn sich so man muss sich das so vorstellen der der Franz Xavi war Knetmasse in den Händen von Ignatius Loyola der hat damit alles gemacht was er wollte er hat ihn mental total gebrochen ob er jetzt die Gelegenheit bekam wegen des Billardspiels oder ob er jetzt die Gelegenheit bekam weil er sich irgendwie mit seinem Portemonnaie da beschäftigt mit seinem Geldbeutel wie das hier steht zur festen Verfügung und malte ihm zugleich eine glänzende Zukunft vor dass er nicht länger widerstehen konnte dass er sich viel mehr auf Leben und Tod ergab Franz Xavi war eindeutig hiermit der erste der Perende Ak Kadaver gegenüber Ignatius von Loyola war wie eine Leiche Kadaver gehorsam ja nochmal eben das Bild verändern mal gucken wie lange wir hier schon beschäftigt sind 49 Minuten weil nun aber Peter Faber und Franz Xavier an der Universität Paris in großem Ansehen standen so wurden verschiedene andere sowohl Studenten als Lehrer auf das Streben des Ignatius aufmerksam und trugen sich demselben von selbst als Gehilfen an doch nahm er von diesen allen nur noch Viere in seine Genossenschaft auf und zwar wie natürlich die würdigsten oder um es besser zu sagen die passendsten nämlich Jakob Lanes oder Lanes wie er hier steht aus der Stadt Almazan oder Almazan in Kastilien also Spanien einen zwar sehr armen aber auch sehr tatkräftigen klugen und mit gründlichen Kenntnissen ausgestatteten ausgestatteten jungen Mann von nicht mehr als zu der Zeit 21 Jahren dann den noch jüngeren erst 18-jährigen Alfons Salmeron aus Toledo ebenfalls Spanien einen sehr tüchtigen Philologen und den Nikolaus Alfonso mit dem Zunamen Bobadilla nach seinem Geburtsort einer kleinen Stadt unweit von Valencia welcher bereits öffentliche Vorlesungen über Philosophie halten durfte und der Feder wie des Worts mächtiger war als irgendein weltlicher Ritter seines Schwerts oder seiner Lanze endlich den Simon Rodrigues aus Azevebo in Portugal einen düsteren Schwärmer und Enthusiasten der die Idee der geistlichen Ritterschaft mit einem ungeheuren Seelenjubel ergriff das waren die sechs Gehilfen vier Spanier ein Portugiese und ein Savoia also aus der Schweiz kommende der Faber nicht aus Deutschland wie ich ursprünglich fälschlich wohl sagte war wohl aus der Schweiz das waren die sechs Gehilfen vier Spanier ein Portugieser und ein Savoia und natürlich Ignatius Loyola um die sieben perfekt zu machen welche sich zur Ausführung seiner weiter oben angegebenen Zwecke auslas und schon die nächste Zukunft zeigte dass seine Wahl gar nicht klüger und vortrefflicher hätte ausfallen können eben hierin aber liegt für uns der Beweis dass er der halbverrückte oder vielmehr ganz tolle Askete von Manresa längst nicht mehr war sondern dass er sich vielmehr im Verlauf der Zeit gewitz gew ja ich würde sagen gezeichnet von den verschiedenen Erfahrungen die er gemacht und gehoben von den Kenntnissen die er sich angeeignet in vielfacher Weise geändert haben müsse nicht er hat sich geändert sondern der Geist der in ihn kam hat ihn geändert die Energie und den eisernen Willen von früher besaß er immer noch auch sein enthusiastischer Feuereifer hat er nicht im geringsten nachgelassen dagegen fing mit den 40er Jahren zugleich sein Verstand anzuarbeiten und es kam obwohl unter schwerem Ringen nicht lange hernach in einer solch großartigen Weise mit ihm zum Durchbruch dass man dies früher für ganz unmöglich gehalten haben würde um nun übrigens auf diese sechs auserlesenen Gehöfen zurückzukommen so bildeten sie den Keim und Urtod und ja Keim und Urtod einer großartigen Gesellschaft welche sich unter dem Namen den der Titel dieses Buches führt in wahrhaft unglaublich kurzer Zeit über alle Weltteile verbreiten und bis auf unsere Tage herab den entschiedensten Einfluss auf die Menschheit behaupten sollte sie waren mit einem Worte zusammen mit ihrem Meister die ersten sieben Jesuiten obschon diese Benennung erst ein paar Jahre später erfunden wurde und somit sollte also gerade die Universität Paris welche sich später als die ärgste Feinden ihrer Lehren auswies die Geburtsstelle dieses Ordens werden dieselbe Stadt und Universität Paris von welcher seit Jahrhunderten der Geist der Freiheit und der Aufklärung ausströmt für den Anfang jedoch trat die neue Gesellschaft sehr bescheiden auf so bescheiden dass die wenigen Pariser von ihrer Existenz auch nur etwas ahnten Ignatius ordnete zwar allerdings für sich und seine Genossen eine gleichmäßige Kleidung an aber gleich verbrannten Kindern welche das Feuer fürchten keine so auffallende wie die frühen Friesrock Anzüge vielmehr hüllten sich sämtlich in einer einfachen in einer einfachen eng anschließenden Entschuldigung nochmal vielmehr hüllten sie sich sämtlich in einen einfachen eng anschließenden schwarzen Rock der bis an die Knöchel reichte und den Kopf bedeckten sie mit einem ebenfalls ganz schwarzen breitrandigen Hute nach Form der spanischen Sombreros An den Füßen aber trugen sie schwarze Lederschuhe und vom barfuß gehen war also keine Rede mehr Über dies darf man nicht daran denken dass die sieben Verbündeten schon eine geschlossene Gesellschaft mit Gesellschaftsstatuten bildeten sondern sie lebten bloß brüderlich zusammen und machten sich gegenseitig anheischig für die Zukunft gemeinsam als geistliche Ritter Christi das ist als Missionare für den römisch katholischen Glauben zu wirken für dieses sich anheischig machen aber genügte dem Ignatius keineswegs ein bloßes gewöhnliches Versprechen ein bloßer gewöhnlicher Handschlag er verlangte vielmehr damit keinem seiner Genossen je mehr der Gedanke kommen könne in die Welt zurück zu treten ein förmliches gelübde einen förmlichen Eidschwur und nahm ihnen aufs äußerste feierliche weise und nahm ihnen diesen auf äußerst feierliche weise ab sie bestellten sich nämlich alle sieben am feste der Himmelfahrt Maria am 15. August 1534 mit dem Anbruch des Tages in die Nordstadt Saint-Jacques bestiegen von da aus die Höhe des Montmartre und begaben sich sofort in die dort befindliche unterirdische Kapelle in welcher vor Jahrhunderten Dionysius der Areopagit enthauptet worden sein soll Es war dies eine Art finsterer Gruft von plumper roher Bauart mit nackten grau-schwarzen von nässet triefenden Mauern und von Blumen und Wohlgerüchen von Gold und Edelsteinen oder von irgendeinem anderer Ausschmückung ließ sich nicht das geringste bemerken Im Gegenteil es sah hier alles ganz düster traurig fahl und stumm aus und da von außen fast gar keine Luft eindringen konnte so verbreiteten die angezündeten Kerzen nur ein halbes spärliches Licht bei dem sich die Kapelle noch schauriger ausnahm als sie ohnehin schon war Den allerschaurigsten Eindruck aber machte der einfache plumpe steinerne Altar denn hinter ihm erhob sich eine alte schwerfällige Bildsäule welche in ihrem ausgestreckten Arme ein vom Rumpfe getrenntes Haupt das des heiligen Dennis hielt und da haben wir auch den Zusammenhang mit Johannes den Täufer den die Jesuiten so als mit verehren dem wurde ja auch der Kopf abgeschlagen vor diesem Altar Altar nun knieten die sieben Männer sobald sie eingetreten waren nieder und murmelten leise Gebete dann erhob sich einer von ihnen Lefevre welcher allein bereits die Priesterweihe erhalten hatte und las eine feierliche Messe nach welcher er das heilige Abendmahl verteilte also den Namen den Eukarist zu sich Kaum aber war dies geschehen so stellte sich Ignaz von Loyola vor den Altar und schwur auf das Evangelium von nun an nur noch ein Leben der Armut der Keuschheit und des Gehorsams zu führen Er schwur für immer und ewig nur allein für die Sache Gottes der Heiligen Maria und ihres Sohnes Jesus als echter geistlicher Ritter zu kämpfen und in der Verteidigung der heiligen römischen Kirche und ihres Oberhaupts des Papstes sowie in der Verbreitung des wahren Glaubens unter den Ungläubigen sein Leben einzusetzen Ad Majorem Dei Gloriam zur Erhöhung des Ruhmes Gottes rief er als er seinen Schwur geendigt hatte und sein wildes glühendes Auge schoss dabei Blitze aus dem bleifarbigen entfleischten Gesicht hervor nach ihm schwuren die sechs anderen dieselben Schwur und jeder rief zum Schlusse Ad Majorem Dei Gloriam Die Kapelle aber verließen sie auch nach dem Schwure nicht sondern sie blieben Gebete murmeln darin eingeschlossen bis an den späten Abend ohne dass ein Bissen Speise oder ein Tropfen Wasser über ihre Lippen gekommen wäre und wie sie nun endlich von sich aus ihren Knien erhoben da zeichnete Ignaz von Loyola drei große Buchstaben auf den Altar und die drei Buchstaben hießen IHS Wir sind angekommen bei 59 Minuten Was sollen diese drei Buchstaben bedeuten fragten die anderen und da werden wir nächstes Mal in dieser Buchlesung von Theodor Griesinger aus dem Buch von 1866 fortfahren und wir werden dann lernen was wir jetzt gerade eben gelesen hatten Ignaz von Loyola malte drei große Buchstaben auf den Altar und die hießen JHS oder IHS Was sollen diese bedeuten Die Frage werden wir nächstes Mal beantworten Ich entschuldige mich nochmal dafür dass die Lesung hier und da ein wenig stockte aber wie ich euch gesagt hatte ich lese es auch zum ersten Mal und ihr seht vielleicht selbst das ist alles nicht so leicht schon lange wenn man keine Erfahrung hat mit Frakturschrift zu lesen und ich finde es auch schade wenn ich hier und da einen Namen nicht richtig aussprechen kann aber die Botschaft ist glaube ich rübergekommen dass wir gemerkt haben dass Ignatius Loyola von einem ganz anderen Geiste besessen war als sein Zeitgenosse Martin Luther obwohl sie beide sehr katholisch erzogen waren sind dort komplett andere Wege gegangen der eine ist total dem Teufel verfallen Ignatius Loyola und der andere ist total Jesus Christus verfallen Gott sei Dank Martin Luther vielen Dank fürs zuhören zuschauen und kommentieren und bis zum nächsten mal Jörg von Jogler 66 Stunde der Wahrheit meldet sich ab wünscht euch noch einen schönen Tag vielleicht auch einen schönen Sabbat den nächsten Sabbat auf jeden Fall wenn ihr das nicht auf den Sabbat schaut wie auch immer und bis zum nächsten mal möge Gott euch behüten beschützen und segnen Tschüss